malzeit liebe filmfreunde herzlich willkommen auf meinem kanal und zu einer neuen overview ja wir gucken uns heute die nächsten steelbooks an die in meiner sammlung sind heute wieder 20 stück an der zahl auf einige gehe ich näher darauf ein auf andere nicht erkläre ich dann auch warum und weshalb einige kennen dann schon so das spiel wie das so läuft und ich würde sagen wir fackeln nicht lange wir starten gleich und zwar in der ego perspektive mit dem ersten steelbook ja und da starten wir jetzt gleich mit dem ersten steelbook und zwar das erste steelbook mit dem ich hier anfangen möchte ist fantastic vor teil 1 und teil 2 ich finde die filme wirklich richtig grenzgenial richtig toll sehr gut gemacht hätte mich auch gefreut wenn da noch mal angesetzt wird auf eine fortsetzung was aber leider nicht der fall war ja steelbook hatte ich mir deswegen nur das war wirklich relativ günstig hat dies geschossen bei ebay ich glaube 15 euro oder so also es war relativ wirklich relativ günstig weil ich wollte die filme endlich mal upgraden auf blu-ray und das hatte ich dann hiermit dann auch getan ja steelbook ist jetzt vom cover jetzt nichts spektakuläres spain auch ganz okay rückseite inhaltsangabe zu den filmen die extras und technischen daten hier ging es mir wirklich um die filme gut es geht mir allgemein immer um die filme und ja aber jetzt so der innen druck der kann sich definitiv sehen lassen heute und dann teil 2 und ja dann haben wir halt hier diesen innen druck und ja dem finde ich wirklich richtig gut gemacht der gefällt mir richtig gut sehr schön und ja für 15 euro also da kann man jetzt halt wirklich nicht großartig meckern ja wie sagt halt nichts spektakuläres keine prägung oder so ist für mich jetzt aber auch jetzt hier nicht relativ schlimm die boke fällt mir filme sind sowieso klasse so weiter geht's und zwar mit dem nächsten steelbook zu creed 2 ja das ist halt hauptsächlich matt gehalten also hier hat man wirklich potenzial verschenkt sage ich jetzt mal gucken wir uns hier ins bein an ja der titel ist jetzt hier leider auch nicht so wirklich mittig auch ein bisschen schade ja bergmotiv ist jetzt auch nicht so der über krass flieger kommen wir mal zu den inneren werten ja halt hier j card aber was ich hier positiv anmerken muss ja erstmal hier die disk ist halt der druck von dem steelbook der innen druck also der kann sich wieder deutlich sehen lassen ja cover und back motiv ist da jetzt halt leider nicht so gut hat er jetzt leider nicht so gut abgeschnitten aber ja ist in ordnung ich hatte es halt zum release preis hatte ich sie kauft ja wie gesagt bisher potenzial verschenkt film ist definitiv für mich in ordnung was hier natürlich wirklich sehr sehr stört ist halt wirklich dass hier die synchro stimme von sylvester stallone ja ausgetauscht wurde das triggert mich auch ganz schön aber trotzdem finde ich den film gar nicht mal so verkehrt so weiter geht's und zwar mit van helsing in dieser wheel heroes steelbook ja also von den coveren her die sind wirklich absolut toll also richtig toll gemacht die gefallen mir richtig gut hatte ich auch ein unboxing zu gemacht könnt ihr euch definitiv mal rein ziehen wenn ihr da bock drauf habt film ist der absolute wahnsinn ich hatte es auch sehr sehr günstig geschossen gehabt und ja war für mich definitiv in ordnung dann das nächste ist dann halt hier hulk ja über den film kann man sagen was man will ist bei einigen nicht gut angesehen bei anderen dann doch wieder so da streiten sich auch so ein bisschen so die geister unboxing habe ich hier auch zu diesem film gemacht diese hülle war ja auch dabei wurde jetzt nicht so sonderlich stabil ist aber ich habe sie trotzdem behalten ja wie gesagt könnt ihr euch gerne mal das unboxing reinziehen film ist für mich trotzdem vollkommen in ordnung und ja steve es macht definitiv trotzdem noch ordentlich was her so weiter geht's und zwar mit source code hatte ich auch relativ günstig bekommen ich glaube 8 9 euro so in dem dreh oder vielleicht 10 ich weiß es nicht mehr so ganz genau ich habe dafür auch ein unboxing zu gemacht gehabt ja steve book ist jetzt auch nicht so spektakulär aber der film der ist wirklich der absolute wahnsinn den kann ich wirklich nur empfehlen jake jake gillenhall überzeugt hier wirklich wieder richtig gut also wer den film noch nicht kennt zieht in euch rein klare film empfehlung ja steve book hat aber trotzdem was wie gesagt unboxing findet ihr auf meinem kanal so weiter geht's und zwar mit diesem titel will smith i'm legend habe ich auch ein unboxing zugemacht hatte ich auch bei ebay relativ günstig geschossen habe dieses die ich finde es wirklich relativ schön prägung und ja wie sagt der filme ist sowieso richtig toll also der hat mir richtig gut gefallen waren ja auch so einige spekulation so wie ich das mal so mitbekommen aber auf dem zweiten teil aber ja das waren irgendwie so mehr gerüchte keine ahnung wer da mehr weiß schreibt ruhig mal in die kommentare ich würde es geil finden wenn da wirklich mein zweiter teil kommen würde ich würde es toll finden weil hier der film hat mich wirklich absolut überzeugt macht spaß ich gucken wir definitiv heute noch sehr sehr oft an und ja wie gesagt steve book macht auch ordentlich was her passt soweit dann ein film den ich auch richtig toll finde wo ich dann auch das steve book haben musste ja es macht derzeit auch nicht allzu viel her muss ich ganz ehrlich sagen habe ich aber auch ein unboxing zugemacht erzähle ich glaube ja ein bisschen was zum film habe ich da auch zu erzählt film ist wirklich richtig richtig klasse also richtig toll gemacht schauspielerischen leistungen ja wie sagt ja auch lauren's fishbone mit dabei und kevin spacey man kennt sie natürlich und der film ist einfach nur klasse zieht euch den film mal rein wenn ihr den noch nicht kennt ja steve book ist für mich trotzdem vollkommen in ordnung auch hier ein unboxing auf meinem kanal so weiter geht's mit titeln die ich auch schon ein bisschen länger in der sammlung habe und zwar hier chucky 2 hier wollte ich ehrlich gesagt wirklich nur auf die blu-ray gehen und hatte da bei amazon gesehen ja standard für 9 10 9 oder 10 euro dann habe ich auch das steve book gesehen genau für den gleichen preis und da dachte ich mir so okay nimmst du mal das steve book mit ja ist jetzt leider doch nicht spektakulär ist halt hat halt leider keinen innendruck aber so cover ist für mich trotzdem vollkommen okay und ja film passt definitiv nicht so stark wie der erste aber trotzdem definitiv in ordnung und ja genauso halt wie chucky 3 habe ich mir halt hier auch hier dieses steve book gehört ich glaube auch für 10er sowie beim zweiten teil also ich habe die wirklich relativ günstig bekommen und deswegen habe ich die mitgenommen hat hier leider auch kein innendruck aber naja gut aber film ist trotzdem für mich vollkommen okay macht spaß ziehe ich mir definitiv auch mehrmals noch rein passt so weit so dann auch mit einem titel wo es auch einige kritiken gab und zwar hier bei jumper ja sind auch so ein bisschen gespaltene meinungen dabei aber ja ich finde den film wirklich toll mir hatte das steve book hier richtig gut zugesagt alleine halt wirklich wegen dem cover und ich habe es auch relativ günstig noch bekommen gehabt für über 12 euro oder so hatte ich auch ein unboxing zugemacht findet ihr auch auf meinem kanal könnt ihr euch definitiv mal reinziehen film ist für mich wirklich absolut toll ich hätte es geil gefunden wenn man hier dann noch einen zweiten teil gemacht hätte kam aber leider nicht finde ich wirklich relativ schade ja steve book ist aber trotzdem voll in ordnung genauso wie der film passt ja dann jetzt zu einem film wo auch sich die geister so ein bisschen streiten und zwar hostel 2 ja halt hier nur die kino fassung wie natürlich auch einige mitbekommen haben nehmen das hat natürlich angekündigt hier die ungeschnittene version jetzt endlich mal auf dem markt raus zu hauen ja steve book hatte ich damals mitgenommen glaube für acht neun euro also waren wirklich relativ günstige preise ich muss auch ganz ehrlich sagen auch wenn das nur so ein paar sekunden sind die hier fehlen mich persönlich mich stören diese sekunden sind jetzt nicht so richtig ausschlaggebend für den film aber ich finde sie trotzdem also gehören halt mit dazu ja kinofassung ja wie sagt halt durch die geschnittenen stellen ist jetzt nicht so der überburner wie gesagt bei der neu veröffentlichung von nehmen das werde ich definitiv zuschlagen und ja steve book ist jetzt auch jetzt nicht so der überburner muss man ganz klar sagen leider keine prägung auch kein innen druck ja cover ist in ordnung wie sagt halt beckmotiv auch geht aber ja hat man leider auch ein bisschen potenzial verschenkt so dann hatte ich mir ein film geholt es war ein blind kauf gewesen es waren nur neun euro und ja girls against boys film hat was ist in ordnung passt schon soweit aber ob ich dem noch ein zweites mal gucken werde das weiß ich jetzt wirklich nicht wie gesagt das war wirklich ein reiner blind kauf es kann sein dass ich mich wirklich mal von dem film hier trennen werde mal gucken aber ich denke vorher werde ich vielleicht noch mal eine zweite chance geben und mir noch mal angucken ja steve book ist jetzt auch nichts spektakuläres muss man jetzt mal so ganz klar sagen also jetzt leider auch keine prägung oder so ja es war halt wirklich relativ günstig und deswegen hatte ich mal mitgenommen dachte okay machst du jetzt nicht allzu viel falsch ja wie sagt film muss ich noch mal sichten so weiter geht's wo sich hier auch so ein bisschen so die geister auch so ein bisschen gestritten haben einige finden den film toll andere finden den jetzt nicht so toll ich finde ihn toll mir dazu gesagt gemini man mit will smith deswegen da muss ich auch sagen dass war auch ein blind kauf gewesen ich bin da hier gleich auf das stilbo gegangen weil mir das motiv ja wirklich gleich zugesagt hat es ist hier in einem richtigen hochglanz wie wir das hier sehen und es ist wirklich ein richtig stechend scharfes motiv also es kann sich wirklich sehen lassen ich finde das richtig toll sehr sehr schönes steelbook das macht definitiv was her ja gut hat diese hochglanz dinger die sind natürlich immer so empfindlich mit tatzen und hat man nicht gesehen aber trotzdem drehen wir das mal hier hier haben wir nämlich zwei motive also ich finde das steelbook richtig toll absolute klasse ja gut in den druck ist jetzt hallo ja hat hier die disk ist jetzt auch nicht so spektakulär genauso wie der innen druck der ist jetzt auch da hätte man auch ein bisschen bessere motive wählen können aber ist für mich trotzdem vollkommen in ordnung und ja das passt so weit wie gesagt mich hat der film hier wirklich total unglaublich hat er total ich finde den film richtig spitze kann ich definitiv eine film empfehlung aussprechen für diejenigen die ihn noch nicht kennen ich fand den film stark und deswegen hier auch tolles steelbook so dann geht es weiter und zwar ja wir gehen mal in die anime-reihe rein ja dragon ball super broli den film hatte ich mir dann geholt in dem steelbook hier war auch im blindkauf gewesen aber ich finde den film wirklich toll ich habe auch dragon ball set die serie ich feiere die heute noch ich gucke die sehr sehr gerne und ja halt hier dieses steelbook das muss es dann sein halt hier mit diesem pappschuber noch so drumherum der pappschuber macht auch schon gut was her finde ich richtig schön gut außer hier der fsk-flatschen hätte man hier weglassen können aber jetzt kommen wir mal zum steelbook selbst und das ist ja auch hier relativ hat hier so ein glanzeffekt hat hier so einen leichten glanzeffekt hier so drauf und wenn man sich das so reinzieht so mit dem farben und so ich finde das wirklich toll ich finde das wirklich richtig klasse das hat was und alleine hier das beckmotiv aber das macht schon richtig was her also das ist wirklich richtig toll ich finde es klasse richtig tolles steelbook dann haben wir hier halt die blue disc und ja hier hat man sogar noch die dvd noch mit reingepackt kann man machen bräuchte ich jetzt nicht unbedingt und halt hier auch noch so ein schöner innendruck also das macht wirklich was her film ist für mich absolute klasse wie gesagt ich feiere die serie und deswegen gucke ich mir natürlich auch die filme an und ja passt definitiv soweit und das steelbook hier das ist wirklich richtig schön allein halt wegen den ganzen farben hier hat man richtig schön mit farben rumgespielt experimentiert ich finde es klasse so dann machen wir weiter und wir bleiben noch im anime bereich ja wie sollte es auch anders sein natürlich dragon boy z kampf der götter hatte ich mir dann auch geholt im steelbook und ja das die book das macht ja auch schon gut was her hat leider keine prägung oder so aber so dass mit diesem gold und so das ist schon das ist schon edel das sieht schon richtig toll aus das sieht schon richtig geil aus das hat schon was auch beckmotiv kann sich hier sehen lassen kommen wir jetzt mal zu den inneren werten j card und sogar ein booklet ist hier noch mit dabei finde ich auch richtig stark ja also hier hat man sich definitiv was einfallen lassen und auch sogar noch hier so ja postkarten sind ja sogar noch mit drin drei stück an der zahl auch so nett das gimmick kann man mit reinpacken finde ich toll dann haben wir hier die blue und die dvd wurde auch mit rein gepackt und hat hier auch so ein schöner innen druck und hier muss ich ganz ehrlich sagen hier passt das auch wirklich so also ich finde dass das so richtig so gut zusammen passt dass man das hier in schwarz weiß gehalten hat klasse ich finde es toll bin begeistert freue mich dass ich dieses gute stück in meiner sammlung habe dann geht es weiter und zwar mit dark shadows film ja für mich also horror komödie sage ich mal gut ich sage jetzt einfach mal allgemein komödie aber hier johnny die depp wirklich sehr sehr gut geschauspielert also richtig toll ich hatte das die book damals auch hinterher geschmissen bekommen sage ich jetzt meine ich glaube für 10er habe ich es bekommen ist jetzt leider auch nicht so spektakulär hat jetzt leider keinen innen druck ist halt komplett blank aber hier cover und backmotiv finde ich richtig schick finde ich richtig toll passt für mich film hat mich definitiv auch überzeugt schaue ich mir auch öfters mal wieder an klasse film so weiter geht's mit matrix resurrections habe ich natürlich auch schon einiges dazu gesagt zu den film gibt es auch ein unboxing auf meinem kanal könnt ihr euch definitiv auch mal angucken ja film ist definitiv in ordnung es ist für mich eine solide fortsetzung kommt jetzt nicht an die ersten drei teile heran ganz klare sache aber für mich trotzdem solide fortsetzung passt soweit steelbook ist hier definitiv auch für mich vollkommen in ordnung es passt für mich es ist in ordnung es ist schick es macht was her alleine halt hier mit dem matrix code und so weiter wie gesagt könnt ihr euch auf meinem kanal mal anschauen so weiter geht's und wir kommen auch langsam dem ende entgegen und weiter geht's mit hancock wollte ich auch endlich auf blu-ray mir holen und ja das steelbook das hatte da auch bei amazon 12 euro oder so gekostet ich weiß es nicht mehr keine ahnung hat halt leider auch keinen innen druck ich wusste gar nicht dass es eine extended version gibt von dem film hatte ich mir auch gleich reingezogen ja kinofassung geht natürlich definitiv auch klar extended ja kann man sich definitiv angucken ob das jetzt unbedingt notwendig ist bei dem film jetzt einmal so dahingestellt für mich ist der extended version definitiv in ordnung steelbook cover passt soweit halt leider keinen indruck wie schon erwähnt aber trotzdem vollkommen okay und wie gesagt habe ja auch nicht allzu viel dafür bezahlt so dann kommen wir jetzt zu einem steelbook was ich wirklich relativ schick finde und ich habe es auch für ein 10er nur begonnen hat es war auch ein blindkauf gewesen habe ich mir hier ghostland geholt und ich muss ganz ehrlich sagen ich finde das steelbook richtig toll es macht richtig was her hier vorne richtig schön mit prägung hier der schriftzug sonst mann matt gehalten aber hier dann trotzdem mit so einem mit so hochglanz spielereien hat man hier dann noch so gearbeitet also ich finde es richtig toll auch hier so rahmen prägung richtig geil es war ein blindkauf gewesen und der film hat mich wirklich positiv überrascht also ganz ehrlich hier auch eine ganz klare film empfehlung zieht euch den film rein gibt natürlich auch media book davon aber ich muss ganz ehrlich sagen steelbook macht für mich hier weitaus mehr her als das media book hier hinten auch mit einer schönen prägung und auch mit so einer hochglanz spielerei hier noch so also steelbook ist für mich definitiv schöner finde ich es als das media book aber das ist halt nur mein geschmack wie gesagt wer den film nicht kennt hier mal kurz auf pause drücken und sich die inhaltsangabe durchlesen der film macht wirklich was her definitiv mal reinziehen ja das einzige was halt hier so wirklich ein bisschen kritik ist seit der innen druck der ist halt leider sehr unspektakulär aber das stört mich hier wirklich weniger weil man hier wirklich so richtig schön mit prägung gearbeitet hat und auch mit so schön hochglanz spielereien also wirklich ein richtig richtig tolles steelbook wahnsinn so und dann kommen wir jetzt zum letzten steelbook und zwar zu forrest gump ja es ist auch schon leider jetzt hier schon so ein paar kleine macken ich habe es auch schon ein bisschen länger in meiner sammlung hat es auch relativ günstig bekommen ich glaube 12 oder 14 euro ich weiß es wirklich nicht mehr genau und ja der film ist wirklich der absolute wahnsinn ich finde den toll also tom hanks hier wirklich sehr sehr gut geschauspieler hat also wirklich der absolute kracher halt hier jay card hier vorne nicht spektakuläres dann die disc und halt hier der innen druck ja gut beim innen druck muss man wirklich sagen also der ist ja unscharf ist wirklich ein bisschen unscharf das ist echt sehr sehr schade ich finde das motiv wirklich gut aber halt leider sehr unscharf bisschen potenzial verschenkt aber dafür ist der film wirklich absolute klasse deswegen wer den film noch nicht kennt unbedingt mal reinziehen alleine hier auch so das backmotiv richtig schön mit der schacht der pralinen wie gesagt so sieht das ganze aus ja halt leider hier die ist eine dalle da oben es tut ein bisschen weh aber naja trotzdem schönes die book toller film und ich würde sagen wir sind hier durch und wechseln noch mal ganz kurz zurück zum hauptschau bis gleich ja liebe filmfreunde das war part 4 meiner stilburg overview und ich muss sagen wir sind noch nicht durch ich dachte das wird der letzte part aber nein wird er nicht es wird noch ein paar folgen ich habe jetzt wirklich nicht alle rein bekommen ihr habt gesehen das war jetzt doch ein bisschen aufwendiger ich bin auf einiges die books ein bisschen mehr drauf eingegangen und 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 ja wie gesagt ein port wird noch folgen seid gespannt was dann noch so alles mit dabei ist und ja schreibt mir ruhig mal in die kommentare wie findet ihr die steelbooks was habt ihr eventuell auch davon bei euch in der sammlung wie sagt einige waren ja bei mir wirklich relativ günstig und bin einfach mal auf eure meinung gespannt und wir sehen uns gesund und munter beim nächsten video hier wieder macht's gut bis zum nächsten mal und